Hallo zusammen, es freut mich sehr, euch etwas über unseren Ski Laser VRT Short-Turn zu erklären. Der Ski ist eine geniale Mischung zwischen einem SL FIS und einem Reiseslalom-Ski. Die Wendigkeit und Dynamik des Slalom-Ski, beaart mit der Laufruhe und der Stabilität des Reiseslalom-Ski, geben dem VRT Short-Turn einen ganz exzellenten, speziellen Charakter. Den Ski gibt es in drei Längen, 1,62, 1,72 und 1,80. Die neue CSC-Technologie, das ist ein Carbon-Streifen, der im vorderen Bereich des Ski eingelegt wird, lässt dem Ski die natürliche Biegenlinie, tun aber die negativen Schläge sofort absorbieren und macht den Ski ruhig. Die geniale Übertragung und Rückmeldung der Fliehkräfte machen den Ski zu einem einzigartigen Karverlebnis. Der Ski kommt so richtig zur Geltung auf einer gut präparierten Piste, in der man verschiedene Schwungformen fahren kann. Ich wünsche euch viel Spass mit diesem Ski und danke fürs Zuhören.